Herzlich Willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe der... Schlagzeug Revue. Hallo, da ist euch. Schlagzeug Revue, hast du jetzt gesagt? Ja, Schlagzeug Revue. Schlagzeug Revue. Er macht das nicht oft, es tut mir leid. Ja. Okay, kommen wir an? Passt. Ja, die ganze Woche war eigentlich ein Thema. Die ganze Zeit Politik, die ganze Zeit das eine Thema, nämlich Silber... Silbereisen? Nein, das ist der Musiker, gell? Ja, ich glaube. Aber irgendwas mit Talgeschichten, Talford. Irgendwas mit SPÖ. Ja, genau. Also extrem on top. Entschuldigung, kurz. Was machst du da mit in der Sendung? Ja, hallo? Ja. Cool, super, ja. Okay, halbe Stunde. Kriege ich hin, passt, bin dort. Danke. Ja, passt, der Ausweis ist dabei. Passt, danke. Papa. Du entschuldige, aber was machst du mit in der Sendung? Telefonieren. Also so geht es nicht. Jetzt musst du einen goldenen Grund haben. Habe. Echt? Welcher? Der Kanzler, würde ich sagen. Geh, kein Scheiß. Ich war ja mit ihm frühstücken. Stimmt, habe ich gesehen. Und das war nicht so barrierefrei. Jetzt hat er mir zugesagt, dass ich einen Termin bei einem Kanzleramt kriege. Wirklich? Wann? Ja, das war noch nicht fix. Okay. Und heute hat er gesagt, ich werde heute angerufen, weil wir sagen, wir haben gerade wegen des Stresses. Ja, Silber. Ja, genau. Und deswegen, ja, ich muss jetzt eigentlich los. Na ja. Dann sehen wir uns nächste Woche. Genau. Danke fürs Reinschauen. Und ich glaube, wir werden euch da noch einfach an einem Clip dranhängen von der Folgewoche. Ja. Und, ja. Und das Video vom Kanzler kommt auch noch. Schaut selber mal rein. Genau. Christian, tut mir leid. Ich habe auch Verständnis. Der Präsident, äh Kanzler. Kanzler. Bis nächste Woche. Ciao. Tschau. Das ist das letzte. Ja? Ich glaube, da habe ich nur die Schlagzeile geschafft. Das letzte. Ich habe es nicht geschafft, dass ich meinen Artikel lese. Weil ich Angst gehabt habe, dass ich so viele Therapiestunden brauche, dass es nicht mehr schön ist. Wie hat der geheißen, der Artikel? Kathi Lugner. Beichtet im TV. So war der Sex mit Richard. Was? Will ich mir das vorstellen? Nein. Da hat übrigens eine andere Zeitung auch einen Artikel gebracht. Okay. Ich habe ihm aber nicht gelesen. Strache. Du schaust andere Zeitungen an? Ja. Vergleichsweise. Um Niveau abzuklären. Strache, im Bett bin ich ein Linker. Aber ich habe es nicht gelesen. Aber ich habe es nicht gelesen. Aber ich habe es nicht gelesen. Was? besarti. In영õer zum Niveau ac robić. Passat cards.